Hallo Leute, willkommen beim LS17 FEDLP und so jetzt geht es mal weiter an die COCN und dann ist halt noch dass mich oder dass ich und meine leute nun Freitag bis Sonntag ein Livestream machen, komplett durchziehen das lag ein bisschen gerade weil ich die Ding noch nicht ruhe, speichert ab so der geht los ich bauche den auch noch ja, wenn ihr was hört ist den Gang jetzt, weil die Putzfrau putzt den Gang die Gänge ah shit soll es eigentlich reichen und ja eben, eh, cool wäre schon wenn einer oder anderen von euch mal dabei kann sein oder zugucken oder mal sagen, ey, ich darf ja mal mitzocken, weil ich suche immer Leute für 24 Stunden Streaming können wir es wieder hochfahren und ja das ist genau für die und weil ihr und da du das ist Das war's für heute. Jetzt bin ich noch kurz schnell fertig. Genau, fertig. So. So, ich kaufe mir jetzt den Feintrasher von der Schneidwerk vom Ferser behalte ich jetzt schon mal. Schon mal, schon mal, schon mal. Jetzt das ich dann dauernd auch dauernd ein paar Sachen machen. Ich habe mir überlegt zum Tieren kaufen, obwohl ich nicht habe Geld und ein paar Sachen überkriegen. Aber Tiere zum Kaufen und Bestellen und dies und das geht schon ein bisschen Geld weg. Solange dass ich da mit kleinen Dingen auch rumtrüttelt bin. So, der kommt schnell hin. Der sagt, ey, es geht jetzt, macht alle da die Feintrasher holen und dies und das. So, den einigen doch nur, weil es mir gefällt. Und dann, wir haben mit meinen Jungs noch drüber gequatscht. Denn bei 1000, das wieder so Geschmackssache, weil, texturmäßig, bisschen in den Knie. Ich rede so, weil ihr halt Erfahrung habt. Vielleicht heute machen wir gar nichts, wirklich nicht viel Arbeit. Noch ein bisschen rumfahren und machen und tun. Noch ein bisschen an Maschinen oder dies und das. Dann, wenn ihr gestern noch beim Leistung zugeguckt habt, haben wir diese Map, die Startup Map, noch noch getraschen und geäxelt. Und jetzt, ihr seht, auch noch. Und morgen, also heute Abend, machen wir den Livestream, wenn alle dabei sind. Dann machen wir die Feld 5.9 nochmal. Echsel und dann von der Echsel. So, dass wir da Geld kriegen, bis, dass wir echt übelst gute Geld kriegen. Dass wir halt dann mehr, viel mehr an die Maschine aufgeben können. Weil jetzt haben wir mal den, äh, die Maschine. Der gleiche Gold, wo ich jetzt abhole. Weil, den kann hier noch eine sehr, sehr gut gebrauchen. Also, der habe ich jetzt nur eine Stunde, zwei, äh, nur eine halbe Stunde gebraucht. Und bin schon wieder am Verkaufen. Das finde ich auch meiner Meinung nach, ja. Ach so, warte mal. Ich will noch was im Shop. Äh, ne, eh, nicht wirklich. Aber für die Ding kriegen ich noch gutes Geld. Weizen. Äh, jo, mal gucken. Mal gucken, ob wir hier drüber Weizen genug Geld kriegen. Weil ich verkauf nie alles, ich las immer was im Lager drin. So, mal kurz gucken. Weil ich jetzt verkauf einfach alles, wenn ich noch im Lager habe. So, der Feind, so, äh, Weizen. 1,090. Ähm, dann, Laps. 1,3, hier. Hmm... Hmm... so ach so ja und jetzt war es gelangt das hm 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 so oh oh shit das schass ist auf der andere Seite hm 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 so ja ja hm ja hm hm Untertitelung des ZDF, 2020 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 Komplums 2 2 und ihr seht ihr beim nächsten am Freitag gibt es noch ein Video am Freitag und dann ab Freitag morgen gibt es noch ein Video morgen gibt es noch ein Video über die Neustadt und dann wird auf die 24 Stunden gestreamt dann gibt es noch Abwechslung also ob zum Beispiel kein Strike oder ATS und einfach so Sachen wo wir Abwechslung machen aber kommt sicher ab jedes Mal wenn wir zum Beispiel Strike zocken dann kann es sicher sein dass noch mal ein Lies kommt dann noch mal was anderes und wieder zurück und dann dass wir halt einfach 48 Stunden voll durchziehen und wenn ihr schreibt ey könnt ihr auch dabei sein oder oder ob ihr dabei sein könnt dann könnt ihr sicher dabei sein ich muss nur noch paar Sachen einfach bei der Infobox noch ändern und dann läuft das so ich verabschiede mich und bis zum nächsten Mal Tschüss wer friert uns diesen Moment ein besser kann es nicht sein denkt an die Tage die hinter uns liegen dann 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 dann